Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und schaut euch dieses wunderbare Panorama an. Und da links unten mit einem Hackemesser der Firefox. Hallo. Wir spielen übrigens das unaussprechliche Spiel. Ich spreche die mal an hier. Sie sieht doch genauso aus wie mit drei Schwestern. Oh ja. Ach, wo ist er denn? Wir helfen der armen Neid in Not. Ja, wo ist er da? Wo? Los, schnell. Wir helfen ihr in Not. Komm. Meinst du, das ist eine Falle? Nein, die ist wirklich... Hier oben ist das Auto. Guck da. Holst du raus? Jo. Oh. Was? Wir müssen sie beschützen, die Alte. Ähm, was? Oh, da kommt eine Welle. Da kommt eine Welle. Wo denn? Oh, da. Jo. Jo, war es das jetzt? Ne, da schreit mal was. Ja, ja, Schnauze. Blöde. Fertig. Die Tür hat sich fast bewegt, bewegt sich nochmal. Kommt noch eine Welle. Meinst du? Ja. Nee, er ist draußen. Nee. Komm raus da, Linwood Viva. Inwiefern? Wird ich jetzt hier? Oh, danke Gott. John! John, du wirst okay sein. Hier, holst du, was du aus dem Trunk brauchst. Was, was du willst. Okay. Was krieg ich denn jetzt? Ui. Ein Brecheisen. Ach ja, will ich nicht. Gut, aber egal. Immerhin, wir haben einer Meite in Not geholfen. Gehilft. Gehilft haben wir sie. Oh, nee, warte mal. Nee, das musst du da reinpacken. Ich wollte mich da hinsetzen. Ja, dann setz dich hinten hin. Ja, mache ich. Und los? Jo. Los geht's. Ich muss die Kamera wieder einstellen. So, jetzt. Nee, 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 nee. Von hinten sieht das gar nicht mal so schlimm aus. Wie du fährst. Nee. Nö. Geil. Jetzt ist eine ganz andere Perspektive. Richtig gut. Ja. Uh. Oh, das war jetzt nicht so gut. Nee. Unterdicht gleich runter oder was? Ja. Oh, jetzt sind Polizeiautos. Police. Freeze. Ja, was müssen wir da einsammeln? Ach nee, doch nicht. Sind wir jetzt schon da, oder? Ja, ja, hier unten. Gut eingeparkt. So, dann kümmern wir uns mal um die Kollegen hier. Aua. Hallo. Du hast mich umgefahren. Ah, das war nicht gut absehend. Ja. Gut absehend. Ach, und pass doch mal auf, Mensch. Ich fahr doch bloß kurz drüber hier. Oh, ups. Ja, kurz drüber fahren. Oh, wir sollen Schalter A ausmachen. Äh, ja, weil, ähm. Ja, da kommt, da steht gerade einer. Nee, der frisst gerade. Okay. Lass uns fressen. Ich mach mal aus hier, ne? Mhm. Schalte Schalter C aus. Ja, ich bin dabei. Ist aus. Und jetzt? Ja. Du musst dich heilen, komm mal, ja. Ja, ich bin tot. Da oben kommt. Ja, ich bin doch da und jetzt. Ja, warte, warte. Bleib hier, bleib hier. Ja, ich bin hier. Danke. Eine Binde um die Brust zu weg. Was sollen wir denn jetzt mit Schalter, ne? Wir müssen den Strom ausschalten, sonst kommen wir da nicht hinten hin. Ja, aber wo? Ja, irgendwo hier. Und wo, wir können auch einfach so rumgehen, oder? Hier drin ist, glaube ich, guck mal her. Hier drin ist irgendwas. Ja, so wie das klingt, ist es ein dicker. Oh, da kommt Besuch. Okay. Wir müssen da irgendwie rein, oder? Ich hab da nämlich so eine weiße Fahne. Ich glaub, da müssen wir hin. Aber wir müssen da erstmal hin. Oh, Fähigkeiten, Punkt, ja. Weil, ich hab ja den Strom ausgeschaltet und wir müssen hier den Strom auch ausschalten. Genau, ich guck mal hier oben. Ah, okay. Ich bin drin. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Der ist hinüber. Der Typ ist, oh scheiße, oh scheiße, oh, ich brauche Hilfe. Hilfe. Ich komme, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich muss hier weg. So, oh, der ist der, äh, gemeinde Typ. Gemein und gefährlich. Ähm, halten kurz auf. Ja, ganz kurz. Ich will den Molotow-Cocktail, ähm. Okay. So, erzeit. Ach, klar. Schmeiß! Ähm, das war echt nicht gut. Ja. Super. Okay, er, 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 er brennt, er brennt. Ich glaube, der ist gleich platt. Oh, aber mir hat doch noch einer verpasst hier. Okay, tot. Oh, ich brenne, ich brenne. Oh, ich auch. Aua. Oh, hier ist doch ein Dicker. Boah. Ähm. Wir kriegen wieder Besuch. Echt jetzt? Sind wir ein Dicker? Ja, ja. Das ist ein Dicker. Oh. Scheiße. Okay. Ich muss mich heilen. Habe ich eigentlich noch so was wie Molotow-Cocktail? Ich guck mal eben, warte. Äh, Inventar. Äh. Oh, 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 jetzt bin ich jetzt leider fast tot. Ähm, Chigi? Ja, ich bin hier. Okay. War das der Dicke? Nee, nee, der Dicke kommt noch. Oh, nein. Oh, doch. Haben wir nicht irgendwas zum Werfen? Hallo, Monsieur. Oh, Monsieur. Oh, Monsieur. Du nervst. So, ich komme ab. Boah, der hat echt viel Energie, der Typ. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir sind ja fugiver vom Exitus. Ich lege hier, du musst mir helfen. Du musst dir helfen. Du bist mir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin tot. Okay. Ich habe Geld verloren. Ich bin aber wieder da. Ich komme, ich komme dir zur Hilfe. Ja. ist gut ich wusste nicht bloß wieder erst über den zauern hatte ich bin nämlich vorder der tür reingekommen ich glaube jetzt bin ich auch tot habe ich auch noch mal eine starke waffe irgendwo das war gut die aktion jetzt ist er weg so ich mach mal den strom aus dann haben wir es nämlich ok ich muss mich aufpusten und hier kommen wir reparieren das ist gut warum habe ich hier benzin will ich gar nicht keine ahnung ich will hier kein handeln sorry waren versehen sei jetzt reparieren die sind wieder hast obwohl so schlimm ist es nicht aber mir schon bei mir richtig kaka ich brauche endlich mal ein paar vernünftige sachen ja irgendwie ich habe auch noch scheiß als stufe achtung ich weiß ich alles wegwerfen so ich habe noch fähigkeiten 1 2 das muss ich noch verteilen die cash strafe die wer obwohl das ist auch nicht schlecht das will ich mal aus schaden bei spur an hilfen 33 prozent hoch so ich mache mal jedes tor auf ja dann machen wir auf hat irgendwie noch nicht gereicht oder weil der strom ist ja immer noch ein ach da ist noch ein drittes ding guck mal so ein dritter kasten ja da hinten aber ich stelle mal den sprit rein ich kümmere mich mit dem auto wie kann man den sitz wechseln ich gehe mal weg da ja da kein bock mehr drauf hier auf dem dort gezumpel aber guck mal hier da hinten weißt du hier geht ja noch ein kabel von nach da hinten zu dem tunnel hin deswegen ist meine vermutung dass da hinten noch ein transformator ist wo guck mal da da geht noch ein kabel hin da hinten wo der tunnel ist naja aber hier vorne sind doch die ganzen sachen die wir einsammeln können ja aber wir müssen ja in das gebäude rein mit dem strom verstehe sicher aber da war der quest ich guck mal kurz rein durchsuche die beiden tankstellen und bringe zwei getränke packs zurück getränke packs ja deswegen glaube ich dass wir hier ein müssen ja indem wir den strom ausschalten ja und hier ging dort ein kabel rüber haben wir kind strom ausschalten doch habe ich gemacht aber ich vermute ja dass da ja das kabel immer noch da hinten hin zu dem tunnel geht dass dort der dritte links ist transformator ich gehe mal kurz nach oben ich gehe jetzt einfach hin falsches auto ich guckte einfach mal kostet seltsam kannst ja kurz hier bleiben ich ja ja ich bin ich bleibe alle hier oh ich krieg bislang oh 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 Das war eine blöde Idee. Naja, so ist der leichter. Und hier explodiert irgendwas. Immer noch. Was machst du? Oh mein Gott, es brennt da. Das Auto ist hier bei mir. Nee, du fährst zum Sitzen. Das ist kein Auto, wo du dich gerade bewegst. Das Auto ist bei mir, immer noch. Ich muss hier hochkommen. Ah, Mensch. Da warte mal. Fuck, 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 fuck. Komm. Ich glaube nicht, dass es da ist. Wir haben ja außerdem noch so eine komische Markierung. Ich gehe jetzt da hin. Ich gehe jetzt hier hoch. Ich habe jetzt hier erkämpft. Ich soll hier einen Weg. Ich habe eine Quest um die Sache. Ich soll hier hoch. Ich glaube... Ich mache das jetzt auch ohne dich. Du glaubst mir ja nicht. Und was ist da oben? Ein Sicherungskasten, wie ich es gesagt hatte. Aber du glaubst mir ja nicht. Naja. Ja, siehst du. Ist aber doof, dass es nicht richtig angezeigt wird. Ja. Ich habe es jetzt... Ich habe den Strom jetzt ausgeschaltet. Ja, dann ist doch gut. Dann können wir endlich hier rein und Wasser holen. Ich bringe das Auto wieder mit, ne? Hier gibt es gerade Keile. Ich komme mit dem Auto. Wo bist du? Ja, ich versuche hier zu überleben, gerade. Oh, 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 oh. Tot. Wäre du jetzt? Ja, du hast mich gerade überfahren. Ach so, okay. Cool. 364 Dollar habe ich verloren. Gebe ich dir wieder. Gebe ich dir wieder. Ja, ja. So, jetzt können wir endlich hier rein. So, wir können das Wasserpack mitnehmen. War es nicht schon wieder? Da ist schon wieder Anna. Die sind schon kapiert, die man kann und schon wieder rein. Ausweis. Coke. Öffnen. Was ist hier drin? Oh, hier sind Äpfel. Das geht gar nicht. Hier ist noch ein Balotov. Hier ist ja gar nichts. Warum? Ach so, hier. Ich habe das Saftpack gefunden. Warte, ich mache die Tür auf. Na, warte mal. Ich gehe mal vor. Ist hier noch drin? Falls hier irgendjemand ist. Hier ist noch ein bisschen Geld. Und hier ist verriegelt. Ich mache es auf. Gibt bestimmt gleich Action. Oh, ja. Kontrollpunkt. Also musst du schnell ins Auto reinpacken. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Warte mal, warte mal. Ach, meine eigene Wegmarkierung. So, jetzt. Ihr habt gerade übersteuert, die eigene. Nicht schlimm, alles gut. Naja, wir haben es ja rechtzeitig bemerkt. Links. Und rechts. Und links. Und da ist ein Pöller. Toll. In anderen Spielen kann man die umfahren. Ja, eigentlich schon. Aber dafür kannst du Zombies umfahren. Und wiederfahren. Oh ja. Oh ja. Auf zum Hotel. So. Guck dir das an, was können wir zahlen. Das ist die die. Hehehehe. Wow. Was ist jetzt los? Oh ja. Ja. Was stimmt hier nicht? Das war nicht richtig. Hallo. Hallo. Hallo, Mr. Zombie. Hallo, Mr. Anderer Zombie. Wie geht's Ihnen heute? Wie geht's Ihnen gut? Schönes Karo-Muster-Hosen-Ding? Ja. Tschüss, Karo-Muster-Hosen-Ding. Meinst du, man kann sich so ein Zombie auch als Haustier halten? Oder ist das so schwierig? Oder ist die Haltungsbedingungen wahrscheinlich kompliziert? Na, das ist Käfighalter. Irgendwie sind da Totenköpfe auf meiner Karte erschienen. Ja, ja, ja. Das sind die ganz Großen. Ne, das waren, glaube ich, Hilfebedürftige. Echt? Ach, egal. Ist egal. Komm, komm. Können ja nicht jeden retten, ne? Mach auf der Tor, ja. Ging er für das Benzin jetzt auch irgendwas? Ja, vor allem, wir müssen es ja jetzt so hoch tragen. Ach, ernsthaft? Was denn jetzt ist das eine Saftpaket? Ich nehme das eine Saftpaket und das andere. Okay. Hier ist, ich habe hier irgendwie irgendwas. Ah, nee, da hinten müssen wir sie hinpacken. Da gucke. Abgestellt. Und was ist das mit dem Benzin? Das Benzin war nur so. Ernsthaft? Ich habe das ja krass erkämpft, das Benzin. Ja, ja. Ich wusste ja nicht, dass man bloß Saft tun soll. Ach, Mann. Das ist so. Toll, Apfelsaft. Ui, 295. Wow. Aber wir drücken jetzt hier nicht weiter. Räder aus Stahl. Ja, ja. Das machen wir. Und vor allem schon Kapitel 30. Ich sehe gerade. Unfassbar. Das geht ja schnell. Schlag. Schlag. Genau. Und, äh, ja. Guck mal, kannst du auch werfen, ja, ne? Werfen, warte mal. Rechte Maus, das hier drückt, halt und dann links. Ja. Damit kann man nämlich so die Gegner, da kriegen sie richtig schönen Schaden ab. Echt? So, ich würde sagen, wir machen jetzt ein Folgenpäuschen und, äh. Oh ja. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wahrscheinlich auch nächste Aufnahmesession. Nach dir. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.